Ich bin als Malian tätig. Man arbeitet nicht im Team, sondern als Autist. Und das Autistische liegt mir sehr. Aber das macht schon Spaß. Es ist sozusagen ein Ausflug in mein erstes Leben. Und ich habe seit ungefähr 20 Jahren kein Bühnenbild gemacht. Es ist halt was anderes. Es ist in einer Gemeinschaft, es ist ein Teamwork. Es gibt plötzlich viele Bedingungen, die in alle Richtungen zu erfüllen sind. Und man muss sich da halt auch so einen Weg durchkämpfen. Das hat auch einen Zauber. Und vor allem dann, wenn alle Kräfte zusammenspielen und das Orchester, die Musik dann da ist und die Regie und alles das. Das ist eben ein Rausch. Und um diesen kollektiven Rausch, um den geht es.